Schön auf den Papa aufpassen, gell? Papa, Papa, kaufe. Papa kauft alles. Luis, der Papa kauft dir alles. Alles, was du willst, kauft der Papa dir. Ohne Widerrede. Alles. Spielzeug. Freispiele. Oh, und die Brunnen kommen. Oh, der zweite Skatter Arthur, komm. Gönn noch einen dritten Skatter, mach keinen Scheiß, Odin. Ja! Freispiele! Luis! Geil, geil. Erstmal hat der Goldberg die Bennets aufflischt. Starten wir mal die Freispiele hier, schön. Super. Oh, oh. Die A ist durchgeknecktet hier, zwei Brunnen mitgenommen. Und? Und mal eine A. Schön. Weitermachen. Komm, mach keinen Scheiß. 136 Tage. Für den ersten Spin nicht schlecht. Der antwortet auch noch mit, ja, Papa. Sehr schön. So ist es am schönsten mir. Aha. Erster Skatter da. Geht's weiter hier, Odin. Zweites Skatter auch da, aber geht leider nicht weiter. Komm schon, Odin. Reiß dich zusammen, Mensch. Death, don't have war, sei. Wieder nichts connected, Mensch. Aber der Multi wenigstens so für die letzten drei Spins. Mal gucken, ob er was mitnehmen kann jetzt. Mal schlickst du Cola, fast Glück. Aha. Die A ist mal durchgeknecktet. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Bro. Brauchst du was? Nee. Cola. 470 Tage mitgenommen, ist super. Sehr schön. Schöner Win. Wieder die Balance hochgepusht. Jetzt sind wir über unserer Startbalance von 4-5. Jetzt sind wir drüber. Gut. Weiter pumpen. Bis zum nächsten Mal. Okay.